Ich grüße euch Freunde, willkommen zurück zu Horizon und einer neuen Trophäe, nämlich alle Waffenklassen erlangen. Diese Waffenklassen erlangen wir natürlich erst, nachdem wir die Basis freigeschaltet haben und dann weiter ins Tenag-Gebiet vordringen. Sobald wir aus dem Tenag-Gebiet raus sind, finden wir ein kleines Lager und dort finden wir auch die letzte Waffe, die wir brauchen, also die letzte Waffenklasse allgemein. Natürlich zeige ich euch, wo das ist, also hier hinten ist die Basis und wenn ihr da rauskommt sofort, haben wir hier ein kleines Jagdbedarf und der gibt uns die letzte Waffenklasse, nämlich den Bolzenschießer. Ich wollte gerade um ein Bolzenschussgerät, aber jedenfalls, da ist natürlich alle Waffenklassen im Überblick mal zu haben. Wir brauchen allgemein den Speer, dann natürlich den Scharfschützenbogen, Jägerbogen, Kriegsbogen, die Stolperfallen, die Seilwerfer, die Bolzenschießer, die wir gerade bekommen haben, den Häckslerhandschuhen, sowie die Donnerschleudern und, ja, Stolperfallen und Stachelwerfer. Das war's. Ihr sucht mich auch auf Instagram und Twitch. Die Links findet ihr in der Beschreibung.